Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, haben wir uns nicht alle vielleicht schon mal danach gesehnt, Jesus zu sehen und zu wissen, wie er ausgeschaut hat? Wer hat sich nicht schon mal gewünscht, in die Zeit Jesu zurückreisen zu können, um ihm zu begegnen, um zu erfahren, was er für ein Mensch war? So fasziniert mussten wohl auch die beiden Griechen gewesen sein, von denen wir eben im Evangelium gehört haben und die mit einer uns sicher bekannt vorkommenden Bitte zu Philippus gekommen sind. Herr, wir möchten Jesus sehen. Sie haben die Faszination, die von Jesus ausging, gespürt. Was hat diese Faszination ausgelöst? Warum sind und waren Menschen ergriffen von der Person Jesu? Was haben sie sich von ihm erwartet? Was dürfen auch wir heute lebenden Menschen von ihm erwarten? Was Jesus ausmacht ist, dass er ganz Gott und ganz Mensch ist. Er ist der Sohn Gottes. Er wurde von Maria, der Jungfrau, die von Gott auserwählt worden ist, geboren. So ist er einer von uns geworden und doch Gott geblieben. Die Jünger konnten das wohl nie ganz verstehen, aber Hinweise auf dieses besondere Wesen Jesu erhielten sie allemal. Ich denke dabei an die Apostel Petrus, Johannes und Jakobus, die bei der Verklärung auf dem Berg Tabor dabei gewesen sind. Sie haben Jesus in einem hellen Licht gesehen. Sie haben gespürt, da begegnen wir einer wahrhaftigen Lichtgestalt. Da ist einer, der uns ein Zeugnis aus einer anderen Welt gibt, nämlich aus der Welt Gottes, die auch uns verheißen ist, in der auch wir mal leben dürfen. Ich kann mir vorstellen, dass das Licht der Verklärung nie ganz aus dem Gesicht Jesu verschwunden ist und dass das viele Menschen so intensiv gespürt haben, dass sie es weitererzählen mussten. Das haben bestimmt auch die beiden Griechen erfahren, die Jesus unbedingt sehen wollen und auch uns soll das Licht Christi ansprechen, weil es uns den Weg zu ihm zeigt. Natürlich werden die, die Jesus folgen, merken, dass es kein einfacher Weg ist, auf dem sie sich bewegen. Jesus sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren, bis ins ewige Leben. Hier deutet Jesus den schweren Weg an, der vor ihm liegt. Bald beginnt der Kreuzweg. Der führt hinauf nach Golgotha, zur Kreuzigung, zum Tod. Wer mit Jesus geht, bleibt vom Kreuzweg nicht verschont. Es bleiben ihm die Sorgen unserer Zeit. Corona, Angst zu versagen, Aushalten von Spaltung in Gesellschaft und Kirche, Hunger in der Welt, all das gehört dazu. Auch Todeserfahrungen gehören dazu. Aber es zeigt sich eine Perspektive der Hoffnung. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. In diesen Überlegungen dürfen wir auf das letzte Bild auf unserem Hungertuch schauen. Es ist rechts unten zu sehen. Hier zeigt sich ein Ausschnitt der Welt, der zeigt, wie es ist, wenn alles vollendet ist. Die Künstlerin zeigt uns den Tisch, auf dem die zwei Fische der wunderbaren Speisung lagen, an dem die Mächtigen saßen, an dem Jesus mit den Notleidenden das Mahl gefeiert hat. Der Tisch ist wieder zu einem Tisch für alle geworden. Niemand muss um Nahrung betteln. Ehren umspielen die Füße der Kinder und verheißen allen ein Leben in Fülle. Die Szene korrespondiert mit dem Abendmahlbild. Der wahre Gottesdienst hebt es gegeneinander und das Verbleiben in den Rollen des Armen und des Reichen auf. Nur ein Essen, das wir gemeinsam einnehmen, sättigt und tut uns gut. Im solidarischen Teilen liegt die Zukunft weltweit. Teilen macht satt. Das ist wirklich eine Vision, die Hoffnung macht. Liebe Schwestern und Brüder, in allen Sorgen und Beeinträchtigungen des Lebens sind wir nicht allein. Jesus schaut uns an mit seinem leuchtenden, hoffnung machenden Blick. Vielleicht können wir diesen Blick jetzt noch nicht wahrnehmen. Der Glauben an Jesus schenkt Leben in Fülle. Wenn uns das in seiner vollen Gänse zuteil geworden ist, dann werden auch wir ihn sehen, so wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Dann sind wir auf Augenhöhe mit ihm und allen Frauen und Männern, die Jesus auf Erden erfahren haben und die uns bis heute Zeugnis geben von seinem Leben und seiner Liebe. Amen.